Die Welt geht in 10 Stunden unter. Würdest du dein Lieblingsspiel zu Ende zocken? Dich mit deinem Sohn versöhnen? Deinen ersten Kuss erleben. Dir ein Date für den Weltuntergang suchen? Die beste Untergangsparty schmeißen? Oder suchst du lieber nach einem Rabatt für deine Tasche? Kannst du ein bisschen leise sein? Ich muss lernen! Wer ist hier, du Mutter? Du oder ich? Herr, warum tust du uns so etwas an? Du bist echt unmöglich. Weißt du, Hector? Leben kommen und gehen. Am Wochenende darfst du noch genug Zeit. Was würdest du tun? 36 Dosen Sekunden. Aufführung am 5. Juni 2023. MKG 6 7 7 8